Also ich habe mein erstes Regionalligaspiel gemacht für die Amateure in Regensburg noch, die waren Tabellen Dritter, wir Sechster. Wenn die gewonnen hätten, wären die aufgestiegen gewesen. Dann hat er mich nach vorne geholt und gesagt, du spielst von Beginn an. Und ich so, ja, ich habe gestern so 90 Minuten gespielt für die A-Jugend. Er so, ja, egal, du spielst von Beginn an. Dann habe ich gespielt, wir haben 3-0 geführt, sehr gut gespielt, aber ich war kaputt. Und in der Halbzeit habe ich gesagt zum Physioterapeut, du, ich kann nicht mehr, was soll ich machen? Ja, sagst dann einfach, gibst du das Zeichen raus und dann kommst du raus. Gut, was mache ich? 60. Minute am Ende, so, stehe auch noch unglücklicherweise direkt neben unserer Ausrückselbank, auf einmal ist der Tiger aufgestanden, das ganze Stadion war auf einmal ruhig und er ist mitten auf dem Platz fast gelaufen und hat geschrien, Schweinsteiger, wie alt bist du?